Musik Unter dem Motto Vereint in Liebe gegen Hass, Krieg und Diskriminierung feierte man heute den 44. Christopher Street Day in Berlin. Die CSD-Parade führte von der Leipziger Straße über den Neuendorfplatz vorbei an der Siegessäule zum Brandenburger Tor, wo es dort traditionell zur Abschlussrundgebung kam. Wir vom Fernhofunk Berlin haben einige tolle Bilder von der CSD-Parade festgehalten. Die CSD-Parade führte von der Leipziger Straße Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.